Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich finde an der gar nichts besonderes Ich weiß gar nicht, warum da so ein Hype immer ist Die Musik ist nichts Weißt du warum? Schlagersänger heißen nur Schlagersänger, weil sie einen Schlag haben Und ich habe keinen Schlag Sie ist so... Die Fischer glaube ich 32 Die sieht aber wesentlich älter aus im Fernsehen Die Fischer, keine Ahnung Sie ist fast 40 30 Du glaubst ich mach sie nach? Ich habe ein Foto gesehen von dir Die hat voll die Glocken